so weiter geht's heute mit transfers und ende wir wollen natürlich weitermachen in der letzten folge haben wir schon biontech und schwule verpflichtet die zwei die ich auf der liste hatte so ein bisschen ein paar leute sollen noch kommen und zwar insgesamt sind das noch 1 2 3 4 5 90 gänge sollen noch laut meiner liste kommen ich zeige euch mal wenig überhaupt so ein bisschen auf dem schirm aber das soll man wissen wie es eigentlich auch wie es finanziell überhaupt möglich ist also der erste der jetzt kommen soll ist niklas süle von den fc vom fc bayern da möchte ich jetzt gerne mal auf die transferliste hin die frage ist ja dass 87 millionen ich sage ja der wird das wird soll zumindest ein transferzentrale vermerken die frage ist was wird der mit der kosten das sind halt so ideen der zweite ist karl rabeck von der tsg hoffenheim einmal dies und einmal dies und ich will ja wir sofort haben dann der nächste rachika oder rachiza von wörter bremen soll auch kommen aber der spalazio ok wird wahrscheinlich so ich schreibe einfach nur gerade auf wenn ich überlegen könnte wenn ich mir überlegen könnte der nächste der zurückkommen oder ein spieler der zurückkommen sollte sagen in harit der nicht gerne wieder eine bundesliga sehen würde ich bin bei valencia freigabe 50 millionen auf wunschliste und transferzentrale ansehen oder das ist viel geld für die spieler so ja da brauchen wir noch ein paar möglichen also müssen wir weiß mal so leute los werden alario ist der letzte der kommen soll von bayern leverkusen spieler fcs aus hemmten ok so dann nehmen wir das mal hin nehme ich mal wöber und so raus brauchen wir nicht und max meyer spielt beim fc mittlerweile auch aus also das sind unsere wunschspieler die ich so gerne verpflichten würde für die neue sommer war aber raschiza sehe ich als links außen und die frage ist wenn müssten wir noch als zusätzlichen linksverteidiger verpflichten aber wir müssen einen hinverteidiger verpflichten also brauchen erstmal geld also wie gesagt ich gehe davon aus dass wir richtig geld brauchen noch so die frage ist wer kommen also das sind einfach nur mal idee so da war einer mit einer nummer die ich noch nicht zufrieden war wie war das denn naja latzer ja können wir behalten wobei der die nummer behalten kann ich wollte noch die acht setzen 6 klar so mal gucken wer so den club noch verlässt heute das ist jetzt klar platz 4 angebot von marco richter aber da kann ich auch richtig aber auch wulst sie wollen ja das sind halt genau das muss ich meine aber so verhandeln den tisch habe ich sicherlich nicht für 25 millionen nur so aktuell wird 21 millionen aber den möchte ich gerne für minimum 35 los versuchen loswerden wenn ich ihn loswerden will mal gucken was sie was sie sagen dafür sei mit viel wert auf der ausmann tag ist es gut okay dann tschüss bist du irgendwann mal ist mir egal wo ich die beiden losbekommen ich 55 millionen die kassen bekommen aber zwei meiner spieler wieder setzen müssen aber wie gesagt das ist doch in ordnung mir ist es doch relativ wurscht sollen sie dann gehen sonst wieder gehen dann würde ich sagen meine summe oder lass uns so nächster und weiter geht es auf jeden fall transferangebot für ganvula da ist schon das erste transferangebot was wir 7,6 millionen nur kann wir verhandeln was sie bieten wollen die frage alario wird wahrscheinlich sehr teuer sein die werden wahrscheinlich alle sehr teuer sein keine arabisch das könnte der einzige sein der für uns eventuell von der von den finanzen her machbar also zwei stürmer habe ich auf jeden fall noch kala wäre aber den ich eigentlich abgeben will so also erst mal 13 millionen für terror der für gabula angebot absintheit so kommen sie mir jetzt zwölf zwölfeinhalb geben wollen dann ist es auch okay aber wie gesagt wenn ich habe ich brauche zumindest ein bisschen kohle in der tische hat da okay das hatte ich jetzt nicht gedacht dass er da jetzt so viel zu wenig nimmt der nächste das ist das problem an der sache das sind halt gar wohl dass halt der pokal hält der hat ja gegen die bayern damals das siegte das 22 gemacht und dann haben wir wieder schießen gewonnen so tatsache gut ist nicht so was wir angebot für gabula franco soldano ja das ist es halt verhandeln erstmal möchte ich den transferdings weg haben und ich gebe dann kommt zehn millionen aber das weniger belieben nicht unbedingt für den spieler habe ich brauche ich will den spieler von denen ich habe sonst habe ich wieder irgendwas an der backe was ich die brauche wobei mit mit hatten wir damals von rb salzburg den hatten wir damals er war ganz schlecht also ein bisschen auf der position und dann möchte ich eine neue transfer summe vorschlagen für glatte zehn millionen könnt dann haben angebot abzünden also ein spieler tauscht definitiv nicht möchte ich nicht immer leid jetzt sagt mir bitte nicht dass er die gd ich will keine von deinen spielern haben tut mir leid ist das ist wirklich so ich will keine von deinen spielern haben ich will meinen spieler loswerden ich will den verkaufen und nicht für eine fantasiesumme gegen angebot weg mit dem scheiß tauschspieler geh mir nicht um den sack halt damit ein scheiß auf mir neue transfer summe vorschlagen ich mache übelst ich mache eh übelste verlust für den spieler ich habe um 19 millionen für den bezahlt oder so ich gehe eine millionen runter aber mir auch nicht ich will keinen spielertausch haben weil ich dann irgendwas an der backe habe was ich in die brauche hast du aber nur die 35 jährigen an der backe sind nämlich los was auch gehen mir nicht auf den sack warum eigentlich auch ablösen von 2,7 das ist die gleiche summe die ich gerade abgelehnt haben genauso wie den spieler ich will nämlich gegen angebot weg mit einem scheiß tauschspieler erstmal neue transfer summe vorschlagen also wie gesagt 9 millionen schlagt ein oder verpiss sich und wenn ich das so sage dann kommt die kann aber ich will nicht so ich will auf jeden fall und ich möchte nicht unbedingt deine spieler jetzt könnt ihr gleich und ich bitte euch wieder 2,7 millionen plus ein spieler ich will noch kein spieler von ja dann geht tschüss adios du weißt wo die tür ist mein gott gut ist dann halt ja das ist mein problem such dir was anderes aus so das thema versuchen ihren wunsch spieler hier eher die spieler loszuwerden so nächste transfer gerufen jetzt kommt der nächste mit dem wunsch mit dem spieler los börnlich 7,9 millionen ja das klingt doch schon wieder irgendwas in die richtung was haben wir denn hier wo das iris will nicht an dem lil hat gesagt nö ist nicht aber hier börnlich die haben doch irgendwas die haben doch schon den links abgenommen den geradragowitsch so verhandeln den kann ich da versuchen mal 10 millionen abzuknüpfen weil da wäre ich zumindest ein bisschen hätte ich ein bisschen kohle auf der hand und hätte zumindest mal eine altklasse weg ich glaube eh nicht dass wir alles bekommen was wir eigentlich wollen nur solange wir es halt nicht hinkriegen solange wir halt nur transferst also haben wir nur so mit diesem bekommen und nicht meine teuren spieler loswerden neuer transfer summe vorschlagen ich möchte mal zehn millionen so angebot absen er hat bei dem fehlen der defi pokal europa liegt die zwei die halt er hat mal richtig kohle schärfen können achten halb millionen ich weiß eigentlich nicht auf zehn millionen zu gehen ich möchte eigentlich gerne den spieler loswerden für die summe für die summe x die ich mir so ein bisschen ausdenken sind zehn millionen sind zweieinhalb millionen über marktwert komm da ich hab fast gedacht dass sie denen noch zahlen die kohle das problem ist kriegt man die spieler nicht für die summe los ich mir hätte mal auf den transfer ich hab's mal nicht auf den sagt man setzt die spieler auf den transfermarkt für eine summe x die man immerhin haben will und nur die leute die wirklich bereit sind diese kohle zu zahlen auch auch äh die kommen überhaupt nicht gut dann wird es wahrscheinlich schwierig werden alle irgendwas los zu werden aber naja gut erger mich gerade so ein bisschen transferangebot für gandula da sind zwei transferangebote reingekommen hoffe ich zumindest der erste der robin hack 24 millionen für robin hack so da kann ich jetzt mal versuchen ein bisschen rauszumachen mit denen will ich mich auch verkaufen für eine gewisse summe mein wunsch wäre eigentlich der süle aber definitiv der wird marktwert von 87 millionen der wirst du wohl kaum unter 120 millionen kriegen und das ist momentan einfach für mich nicht finanzierbar punkt ich versuche mich in der lario losgeist bekommen oder er muss gucken wahrscheinlich ein raschiger sitzer mal schauen so auf jeden fall erstmal eine neue transfer sommer ich habe ja sagt glatte 30 ja mit dem marktwert von und das wird wahrscheinlich mit der aufstehen also 24 bietet er 24 7 guck mal war 27 sagt komm und wenn du mir jetzt die mittel sagt 26 dann gebe ich auch okay dann haben wir haben wir haben jetzt glaube ich irgendwie 15 millionen für den bezahlt also von bei dir auch als mittlerweile viel geld gebracht oh gott sei dank der erste geht also der erste der auf jeden fall erstmal zahlt das sind 27 millionen für robin hack die ich auf jeden fall erstmal los die ich auf jeden fall mal habe 8,6 weiter haben bietet ihr ach wie ist es ist egal nimm ihn nimm ihn bergamo und geng geng ja dann habe ich zumindest mal zwei meiner baustellen weniger oh interesse halten harry aber das ist nicht unser transfer es ist ein villa amate ablehnen so 38 millionen chef fehlt ok da kann ich jetzt aber nicht ich kann leider momentan noch nicht dazwischen ich sage ja ich muss ein bisschen gedanken ich muss umbauen teilweise in meinem kopf das sind halt wunschspieler von mir robin hack ist weg ganvula ist weg gut transferangebot für tobi granada wird 7 millionen bezahlen für meinen spieler ok ich werde 10 minimum 10 bis 12 das wäre super ich gehe auf 11 harry kriege ich wahrscheinlich nicht das wird leider finanzierbar nicht finanzierbar so rum für die 10 habe ich mir eigentlich mit kubilanski und harry ein bisschen was überlegt ich gehe jetzt auf 11 erst mal ihr habt doch bestimmt ein bisschen kohle angebot abzeigen wenn er mir jetzt 10 sagt das ist auch in ordnung ach Tom ja der hat ein bisschen geld gebraucht halt auch war kein schlechter auf alle fälle muss ich sagen aber wie gesagt wir müssten mit dem club ja ein bisschen umhauen 7,6 wollt ihr haben können wir nicht ausgeben dann macht er bitte 8 gegen angemeldet dann macht bitte glatt 8 dann macht bitte glatt 8 das ist die kohle dann haben wir anderthalb über marktwert dann ist es in ordnung jetzt war wieder ein verlust geschehen klar ja ok dann machen wir das ding durch dann habe ich zumindest den nächsten knapp äh nächsten topspieler verpflichtet oder los bin ich los wenn Granate einschlägt so dann können wir nämlich jetzt gucken dass wir bei Alario oder bei Alario oder Rashica angreifen halt die Frage ist Sühle wird nicht kommen das ist klar äh hat eine wert von 18 millionen ich kaufe jetzt irgendeinen stürmer mit dem kann man natürlich das gute auf deutsch sprechen ist ja Teammanager von 45 Saushemden ehemaliger Leipzig Coach tatsächlich so Luca Salario ich gebe euch mal 22 Angebot absenden die Frage ist was würden sie sagen wenn sie sagen natürlich in Ordnung nehme ich mit aber der wird wahrscheinlich drüber gehen wollen oh ist es fair 22 Millionen von Lucas Alario warum nicht ist kein schlechter Argentinier ehemaliger Leverkusen also ich spiele jetzt immer ehemaliger Leverkusen spiele aber Bayer bei Bayer und da gehen wir mal ins Verhandlungs in den Verhandlung und versuchen den zweiten Stürmer zuzumachen und dann habe ich zumindest was die Offensive betrifft auf jeden Fall drei dabei Piontek spielt als Stamm Kututu auf jeden Fall als Minimumersatz und Alario auch und dann habe ich zumindest eine gute Alternative da vorne drin ähm oder eine gute Offensive die da ein bisschen was machen kann und jetzt gucken wir mal und dann bauen wir nach und nach den Klub ein bisschen auf ich muss auf jeden Fall danach gucken dass ich noch einen Verteidiger verpflichtet bekomme äh wichtig oh er will Schlüsselspieler werden ja kann man auch versuchen aber deshalb muss ich sogar den will ich den offensivspieler nicht bekommen muss ich sogar wahrscheinlich die Dings umbauen muss ich vielleicht sogar die Taktik auf 4-4-2 umstellen auf 4-4-2-3 spielen sprich ein 6er weg der würde dann Bujolab heißen naja muss mal gucken was auch meine Finale was auch meine Finale wird vielleicht kriege ich ihn auch als Alternative auf die Außenbahn gepackt als Linksaußen äh drei Jahre aber zumindest würde ich den jetzt verpflichten und jetzt kommt natürlich gleich die Kuh äh die Dings raus so gut keine Freigabesummen das ist immer gut weil dann weiß ich auf jeden Fall auch dass ich selber verhandeln kann wie gesagt ich bin kein Wetter von meinen Verträgen Freigabesummen zu haben weil das bedeutet auf jeden Fall du bist komplett raus was das Spiel was Handlungsspielraum betrifft äh sondern nur wer bezahlt die Summe der hat den Spieler und wenn das jetzt übelst einschlägt so geh halt äh so viel will ich gar nicht ausgeben 47 damit haben wir unseren nächsten Wunschspieler verpflichtet mit Luca Salario und der Rest muss erstmal noch leider ein bisschen hinten anstehen so Teamzentrale genau Luca Salario hat immer 19 das ist so eine Ordnung von der Dings her er ist allerdings nur Stürmer okay den hält rechter Flügel der kann auch du kannst auch rechter Flügel spielen damit Kututu dem hat vielleicht auch die Laie gar nicht so schlecht getan Verlängerung delegieren dann war das mal raus Verlängerung delegieren so so kann ich auch die ein oder andere Spieler zurückholen ausleihe abrechnen und dann theoretisch verkaufen also ich habe ja nochmal ein paar Leute ein paar Leute ein paar Leute mal gucken wer soll in der Finale gehen wird so wenn man auf die Uhr guckt sehen wir dass wir schon mittlerweile bei 23 Minuten sind und das heißt ich mache mal Feierabend wir sind zu einer nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit unserem Transferspielchen bis dahin und tschau 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 tschau